Wenn du es jemals satt hast, dass Leute dein Leben ruinieren, was gibt es Besseres, als ihnen kochende Säure ins Gesicht zu schütten? Der Bombardierkäfer hat keine Zeit für kleine H***ensöhne, die ihm zu nahe kommen. Er greift jeden mit einem kochenden Strahl ätzender Flüssigkeit an, die die Haut seiner Feinde zerfetzt. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist der Käfer dann auch noch resistent gegenüber der Magensäure von Kröten, von denen manche ihn unhöflicherweise einfach runterschlucken. Stattdessen macht er eine Sauerei in ihnen, sodass die Kröten keine andere Wahl haben, als ihn auszuspucken, wenn sie nicht von innen wie ein Tresor aufgebrochen werden wollen. Die Goldschwanzgeckos, die auf unserer geliebten Dämoneninsel Australien leben, sind in der Lage, mit ihrem Schwanz eine der ekelhaftesten Flüssigkeiten der Welt auszuspucken, die nur noch von deinem Gestank übertroffen wird. Und diese verdammte Flüssigkeit ist klebrig, also versuch gar nicht, erst sie loszuwerden, nur ein guter Schuss Bleichmittel wird dich retten. Ich gebe an der Stelle zu bedenken, dass dies ein Witz ist, bade nicht in Bleichmittel und beschuldige mich für deine eigene Dummheit verantwortlich zu sein.